Ich habe jetzt ziemlich lang hart gearbeitet, um da zu stehen und jetzt bin ich ziemlich froh, die erste Runde überstanden zu haben. Der Wind war eine Herausforderung, aber mit dem Spiel gewöhnt man sich daran und dann geht es besser. Am Anfang war ich sehr nervös, habe 2-6 verloren, dann ist es besser gegangen, habe ich 6-3 gewonnen und zum Schluss im Match der Brücke habe ich noch 11-9 entscheiden können. Es freut mich, dass wir so ein starkes Team sind und ich bin überzeugt davon, dass wir weiterkommen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.